Oh, Tina, hör auf rumzulaufen. Achso, ich bin gelaufen. Ja, wir gehen jetzt, Tina, wir gehen da rein, wo der Pfeil ist, danke. Ich kann laufen. Ja, du kannst laufen. Ich besiege euch jetzt mit Brokkoli. Voll badass, hier so. Brokkoli und shit. Das ist so cool, dein Wall scheißt ernsthaft Gold. Mal gucken, ich könnte ja mal Magie anwenden, hier so. Musst du geben, die Magie von dem grünen Typen, den du jetzt hast, ist irgendwie cooler. Das ist cool, ja. Scheiß, der Gold. Ich habe sie gehört, sie geht. Ähm, das sind Computerdinger. Die sind an manchen Stellen mit dabei. Und ich habe voll die Fachwörter drauf, ne? So Computerdinger und so. Ach ja, und obwohl ich das jetzt schon öfter gespielt habe, ich muss immer noch hinzufügen, ich faile. Ich kann das nicht. Ich kann überhaupt nichts zocken. Oh Gott, geschissen. Level up! Ich habe eine neue Kombo! Wooo! Ich sehe nichts, weil da jetzt ein Scheißfliege kommt. Das ist super. Ja, man sieht, es ist manchmal echt unübersichtlich, aber damit kommt man klar, man klappt einfach irgendwo hin. Das ist okay. Ach ja, ich habe hier ein Inventar noch Pfeil und Bogen. Das heißt, ich kann hier tatsächlich Pfeile abschießen. Hier so in etwa. Ne? Huh. Jetzt werde ich hier einfach verkloppt. So... Oh, da liegt ein Bogen. Den könntest du aufsammeln, dann kannst du nämlich... Hast du jetzt einen Bogen im Inventar? Ich weiß aber immer noch nicht, wo bei dir B ist. Da ist er. Oh, hast du es jetzt gefunden? Wow. Das habe ich ja vorher auch schon gekriegt, aber es ist nicht bloß geworden. Ich weiß nicht, warum? Ich denke, weil ich... Toll war. Wuhu! Du kannst ein neues Kombo. Das ist übrigens Springen, was dann bei dir, ne? Also Doppelspringen. Kannst du so eine... Drehattacke machen. Ja, schon langsam kriege ich jetzt sogar deine Steuerung hin. Obwohl ich es nicht benutze. Wollt er nicht weitergehen? Können wir nicht, wenn da noch Gegner sind. Jetzt geht's. Ach, jetzt kommt so ein kleiner Boss. So ein Zwischenboss vor dem eigentlichen Boss. Naja, du musst jetzt von den bisschen Bomben ausweichen, die jetzt hier so sind, ne? Und wir müssen versuchen, dieses Ding zu zerstören irgendwie. Ohne, dass wir dabei drauf gehen. Wo bin ich denn? Hier. Das ist immer so unübersichtlich. Das ist echt der Hammer. Bin ich gerade... Ach, hier bin ich. Okay, das ist jetzt irgendwie witzig. Ich stehe einfach da hinten im Eck und verkloppe das. Ach, hier ist eine neue Waffe. Ach ne, die will ich nicht. Ich will wieder meine alte. Okay. Ja, es ist voll übersichtlich und so, ne? Also... Ach ja, wenn du Bäume schlägst, ähm, droppen die, ähm, Dings. Hier so, Früchte. Nimm das. Du stirbst sonst. Also ich meine, ich könnte dich wiederbeleben, aber... Okay. Okay. Oh ja, jetzt muss ich dich wiederbeleben, hier so, ne? Okay. 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 Jetzt kommt der Endboss im Übrigen und ja, wir kriegen das jetzt irgendwie hin. Also wenn wir jetzt hier dann weiter sind, kommen wir zum nächsten Tor und dann haben wir den schönen Endgegner. Hier so. Ach ja, und am Ende, wenn wir den Gegner besiegt haben, müssen wir uns gegenseitig bekämpfen, weil es dann darum geht, wer die Prinzessin küssen darf. Aber das siehst du dann. Also sobald der Endgegner besiegt ist, dürfen wir uns gegenseitig verkloppen. Das ist ja toll. Denk ich, den es du willst. Okay. Wir gehen jetzt drauf. Einfach draufkloppen. Oh. Ja, du musst nach links und rechts dingsen. Hin und her. Dann kommst du wieder raus. Wo bin ich denn? Hier. Ach, du bist gestorben. Warte, wo bin ich denn? Ich hol dich mal. Okay. Okay, du bist wieder da. Oh. Oh. Krass, du bist unabhängig. Oh. Sorry, ähm, ich versuch das mal. Ich seh's gerade. Das sieht so gut aus. Habtisch. Oh. Ja, ich brenne. Das ist ja super. Oh, nee! Oh, du bist schon wieder tot. Oh. Ich komm nicht zu dir hin. Das ist krass. Ich kann dich gar nicht mehr wiederbeleben, Phil. Du schaffst den Boss alleine. Äh, ja. Vielleicht. Erst gleich hin, Frau. Du hast voll lieb. Du bist ein Fan. Ah! Yay! Jihaa! Money, money, money! Ich muss gar nicht mehr klopfen. Die Musik ist super. Jetzt müssen wir uns nicht mehr verkloppen. Das ist korrekt. Ich darf sie jetzt befreien. Das ist ja schön. Hihihi. So. Also in dem Spiel geht es jetzt hauptsächlich ums Verkloppen, aber... Darf ja auch mal sein, ne? Achja, hier kannst du jetzt dann deine Sachen aufbessern und so. Ich, äh... Mach jetzt mal dezent das hier. Wobei... Das kann das aber noch nicht. Du kannst es jetzt, oder? Doch, du kannst es jetzt. Ähm, du siehst da, ähm, den Balken. Da, da, da liegen es daneben und da hast du dann die Anzahl, wie viel du verteilen kannst. Zwei. Ja. Guti, dann gehen wir weiter, ne? Machen wir das wirklich heute noch? Was? Die Melodie! Die ist... Ne, ne, warte. Die Melodie ist von... Äh... Ja? Von dem Spiel! Von dem... Von dem... Von dem... Von... Wie heißt das? Geometric Dash. Das kenn ich gar nicht. Das ist... Das ist genau die gleiche... 100%ig. Aber guck mal, hier haben wir so einen Dino, den kann man übrigens dann wie so ein Yoshi in Super Mario reiten. Ich schwöre auf alles, das Level ist so schwer. Ach. Das ist genau die gleiche... Sag mal, willst du mich verarfen? Das ist aber so öfisch. Äh... Das ist aber nicht von der gleichen Herstellung oder so, oder? Das weiß ich nicht. Ich kenn mich da jetzt nicht so super aus. Ah, dieser Fettklops soll weggehen. Ernsthaft? Hör auf mich durch die Gegend zu schmeißen, ey. Ich? Ne, ich meine Fettklops. Jetzt hier. Ha. Ha. es soll doch mal down gehen ey wirklich ich hab nen Yoshi also ich nenne es Yoshi lass mich ich kill den Typen da jetzt nom 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 oh wer hat mich von meinem oh gib mir mein mein Kroko wieder hier hallo so jetzt wird hier aufgeräumt wenn die nächste Frucht kommt mach mal die Bäume kaputt da kriegst du Früchte frisst das du bist dein Wal scheiß Gold ähm ja im übrigen da hinter dem Busch wo diese Noten hervorkommen ähm da ist ein Tier ich weiß jetzt nicht ob du dein Wal aufgeben willst was ist denn das für Bier äh das ist ein Vogel der dir ab und zu Obst bringt wenn Bäume in der Gegend sind ne mein Wal ist groß das scheiß Geld also du kannst auch dein Wal wieder mitnehmen ich bin unschlüssig ich glaub das ist das Vogelfiech heißt Eulchen guck das bringt ja schon was zum Essen ist süß gell gut gut